Hey Leute was geht und willkommen bei einem neuen Video. Heute zeige ich euch wo ihr die 999 Gearspenst Münzen findet, damit ihr euer Gearspenst in Pokémon Karmessin und Purpur entwickeln könnt. Helft mir die 1000 Abos auf YouTube zu knacken. Gearspenst findet ihr in ganz Paldea, entweder in seiner Wanderform oder in seiner Truhenform. Aktuell könnt ihr aber nur die Truhenform von Gearspenst bekämpfen und fangen. Von der Wanderform erhaltet ihr nur einige wenige Münzen. Aber egal welche Form, laute Spielecodes entwickeln sich beide in dasselbe Pokémon. Damit sich Gearspenst aber entwickelt, benötigt ihr 999 Gearspenst Münzen. Ihr erhaltet jeweils ein paar wenige Münzen, wenn ihr mit einem Gearspenst in der Wanderform interagiert. Die Wanderform findet ihr eigentlich überall vor allem in Ruinen und Pokémon Center. Viele Gearspenst Münzen bekommt ihr hingegen, wenn ihr einen Gearspenst in der Truhenform besiegt oder fangt. Im Spiel findet ihr über 999 Gearspenst Münzen. Zusätzlich respawnen die eingesammelten Münzen auch nach ein paar Tagen in Echtzeit. Leider gibt es aktuell keine Möglichkeit das respawnen von Gearspenst Münzen irgendwie zu beschleunigen. Aber dafür gibt es von mir heute einen Guide, wie ihr garantiert 999 Gearspenst Münzen erhalten könnt. Am Ende des Videos zeige ich euch dann noch in welches Pokémon sich Gearspenst entwickelt und welche besondere Attacke es drauf hat. Aber starten wir mit dem Einsammeln der Gearspenst Münzen. In meinem Guide sammelt ihr lediglich Gearspenst Münzen von der Truhenform, die ihr zuvor besiegen müsst. Die Truhenform gibt euch komplett zufällig zwischen 10 und 200 Gearspenst Münzen. Obwohl es laut Spielecode auch möglich sein soll von einem Gearspenst zufällig direkt 777 Münzen zu erhalten. Ich habe die meiste Zeit 50 oder 60 Münzen erhalten. Die Gearspenst haben unterschiedliche Level. Das stärkste davon ist Level 50. Aber alle haben nur die Attacke Erstauner und Tackle drauf. Ihr könnt sie also ohne Probleme mit einem Level 35 Pokémon besiegen. Zudem sind so gut wie alle Standorte ohne eine einzige zusätzliche Fähigkeit eurer Reit-Pokémon erreichbar. Ich glaube lediglich 2 oder 3 Standorte erreicht ihr nur mit einer speziellen Fähigkeit. Aber das sage ich euch bei den Standorten dann nochmal. So, das erste Gearspenst findet ihr nördlich des Leuchtturms am Kutscharikup-Fahrt. Das zweite Gearspenst findet ihr auf dem Aussichtsturm in der südlichen Zone 3. Das dritte Gearspenst findet ihr auf dem Aussichtsturm in der südlichen Zone 5. Das vierte Gearspenst findet ihr auf dem Aussichtsturm in der östlichen Zone 1. Das fünfte Gearspenst findet ihr auf dem Aussichtsturm in der östlichen Zone 3. Das sechste Gearspenst findet ihr auf dem Aussichtsturm in der südlichen Zone 2. Das siebte Gearspenst findet ihr auf dem Aussichtsturm in der südlichen Zone 4. Das achte Gearspenst findet ihr auf dem Aussichtsturm in der westlichen Zone 1. Darunter findet ihr eine Ruine, dort findet ihr noch weitere Wandergearspenst mit einigen wenigen Münzen. Das neunte Gearspenst findet ihr auf dem Aussichtsturm Nr. 1 von Caldero. Das zehnte Gearspenst findet ihr in den Ruinen nordöstlich des Aussichtsturm Nr. 1 von Caldero. Das elfte Gearspenst findet ihr auf dem Aussichtsturm Nr. 2 von Caldero. Um dort hochzukommen braucht ihr mindestens den Sprint oder Hochsprung eures Reitpokémon. Das zwölfte Gearspenst findet ihr auf dem Aussichtsturm Nr. 3 von Caldero. Das dreizehnte Gearspenst findet ihr auf dem Aussichtsturm auf dem Montanata. Ihr könnt von der Montanata Arena einfach nach Osten laufen und den Berg hinunter springen. Das vierzehnte Gearspenst findet ihr auf dem Aussichtsturm in der nördlichen Zone 1. Das fünfzehnte Gearspenst findet ihr in den Ruinen südwestlich vom Aussichtsturm in der nördlichen Zone 1. Das sechzehnte Gearspenst findet ihr in den Ruinen am nördlichen Rand der Brutzelwüste. Das siebzehnte Gearspenst findet ihr auf einer kleinen Insel südwestlich von Puerto Marinedo. Hierfür muss euer Reitpokémon unbedingt sich bereits im Wasser bewegen können. Das achtzehnte Gearspenst findet ihr in den Ruinen östlich von Mesclara. So das waren alle Orte mit Gearspenst in der Druhenform. Jetzt könnt ihr euer Gearspenst endlich entwickeln. Dafür müsst ihr nur sicher sein, dass ihr in eurem Beutel auch 999 Münzen von Gearspenst habt und dann muss Gearspenst nur noch ein Level aufsteigen. Wie bei allen anderen Pokémon kann sich auch Gearspenst nicht in einem Autokampf entwickeln. Und schon entwickelt sich euer Gearspenst zu... Monetigo. Das sind übrigens alle Attacken, die Monetigo per Level Up erlernen wird. Die Attacke Goldrausch ist dabei exklusiv für Monetigo. Die Attacke ist nicht nur super stark, ihr erhaltet nach dem Einsatz auch noch ein paar Pokedollar obendrauf. Und das sind übrigens alle TMs, die Monetigo erlernen kann. Ja und das war's auch schon. Viel Spaß mit eurem Monetigo. Und nicht vergessen, in einigen Tagen sind die Münzen wieder sammelbar und dann könnt ihr ein weiteres Gearspenst entwickeln. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, unterstützt mir dein Like, lass dein Abo da und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao! Bis zum nächsten Mal.